Moin moin Leute, hier ist wieder Yannis Lee und willkommen zurück zum Let's Play Demon Slayer, die RPG App für alle. Ja, wir haben als Einlog-Bonus wieder die 100.000 Münzen, 600 Diamanten, einen Feuermarionettenstab und eine Seelfrucht. Ja, ich habe, während, also ich habe Offscreen, die, wenn das mal geladen ist, habe ich uns auf den Elite-Stand so weit gebracht, wie wir auch im normalen Spielmodus sind, nämlich auf Carlos' Lager. Ja, das habe ich auf den gemacht, dann habe ich etwas Ausrüstung an unsere Kämpfer angelegt, die Kämpfer allgemein etwas, äh, etwas abgelevelt. Und, ja, wir können zwei Karten wählen, dann wählen wir auch noch gleich mal zwei Karten. Eine Seelfrucht und einen Stein, einen Teleportationsstein. Protect, Schutz erfolgreich. So, mhm. Erheben wir eine Chance aufs Zehnfache, dann erheben wir mal. Ja, hat jetzt nicht wirklich viel gebracht. Äh. Einmal vertreiben wir die bösen Monster, da kann ich noch einen kleinen Recap geben, während wir das machen. Ja, den Instanzen-Boss habe ich jetzt auch schon wieder verpennt. Also, auch, äh, wieder vergessen aufzunehmen, äh, irgendwann bekommen wir das auch hin, dass wir den Instanzen-Boss aufnehmen können. Und dann zeige ich euch auch, wie das funktioniert mit den Instanzen-Boss. Ja, das ist hier ziemlich einfach. Ja, da können wir auch schon wieder ein Item fürs Upleveln. Und, jetzt sehe ich schon, der Konto bis zur Invasion ist wieder 17 Stunden. Ich nehme das hier gerade um ein Viertel vor eins abends auf. Also, da, da müssen wir noch etwas warten. Also, die fangen dann immer um 18 Uhr an. Ich muss dann mal gucken, dass wir das hinbekommen. So, 5-Karten-Showdown. Kampf starten. Nein, die wollte ich jetzt nicht angucken. Wir starten einfach den Kampf. Und schicken die Grünen zuerst rein. Ja, also, diese erste Runde sollten wir verlieren. Na? Man soll ja den Abend, äh, dem Morgen nicht vor dem Abend loben. Oder irgendwie sowas. Äh, nehmen wir nochmal den Grünen. Das sollten wir jetzt verlieren. Genau, nehmen wir jetzt den Blauen. Das sollten wir gewinnen. Ja. Nehmen wir nochmal den Blauen. Das, äh, kann gleich ausgehen. Ja. Da hatte er nur gewonnen, weil er den Vorteil hatte. Und jetzt den Lilanen. Und wir kämpfen gegen noch einen Lilanen. Einfach nur Pech gehabt. Wie gesagt, das ist einfach pure Skript, das 5-Karten-Spiel. Und ja, äh, nochmal. Kommen wir gleich nochmal im 5-Karten-Showdown rein. Kampf starten. Grün wieder zuerst. Ja, okay, das haben wir verloren. Ist auch, ist es okay. So, das haben wir jetzt gewonnen. Blau gegen Blau. Das kann wieder, jup, hab ich gewonnen. Lern ihn gleich rein. Ja, sehr gut. Das ist ein Sieg. Und wir haben einen Teleportations-Stein. Und natürlich ein Stück für eine 5-Sterne-Karte wiederbekommen. Einmal können wir noch den 5-Karten-Showdown machen. Und dann geht's weiter mit den Aktions-Wählen. Ja, äh, 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 das Spiel im Allgemeinen, äh, ist, wie gesagt, äh, ich will, ich werde, äh, jede, jede Sekunde mehr davon beeindruckt, was man hier alles machen kann. Ähm, und ja, äh, wenn das hier hochgeladen ist, hab ich auch schon ein Video hochgeladen. Das heißt, die VIP-Diskussion. Und da diskutiere ich über den VIP-Status in diesem Spiel. Und ob man sich den kaufen sollte oder auch nicht. Ja, äh, guckt euch das Video an. Das ist, äh, auf meinem Kanal. Sollte eins der, ähm, am letzten Hochgeladenen sein. Und wir nehmen wieder sie hier. So, da haben wir das auch schon, die 3 kostenlosen Spiele. Jetzt können wir auch schon wieder die, äh, Dämonen vertreiben. Ja, also in dem Video erkläre ich, äh, wie viel VIP kostet, ob sich das lohnt. Und, ja, äh, äh, ganz, so, der ganz, äh, Basis, äh, Wissen und so, was man einfach über den VIP-Modus wissen muss. So, auch schon wieder gewonnen. Das ist auch jetzt nicht wirklich schwierig. So. Ich habe meine Freundesliste. Mal, die ganzen Freundschaftsanfragen angenommen, die hier so reinkommen. Dann werde ich die jetzt erstmal annehmen. Da, wenn ich, wenn mich Freunde einladen, nehme ich die natürlich gerne an. Ja. Äh, äh, gucken wir uns die Fragmente an, wenn wir schon dabei sind. Ja, wir haben vier von der Göttin des Lebens, haben wir zum Beispiel vier von 80. Ja. Äh, ich habe zum Beispiel einen neuen Hellengeist geholt. Einen, beim Erkunden habe ich, äh, einen neuen Hellengeist erfunden. Wir können nochmal erkunden und uns noch einen neuen Hellengeist suchen. Super, die oberste Hellengeist von dem unseltensten. Nochmal die obere Hälfte. So. Da ist noch einer von der vier Kartenhälfte. Da ist eine untere Hälfte. Und was bekommen wir? Wir bekommen nochmal den, den ich schon habe. Aber egal. Nochmal die obere Hälfte. Nochmal die untere Hälfte. Wir machen das, bis wir mal einen neuen bekommen, den wir noch nicht haben. Und nicht immer den. Sondern. Ja, super. Nochmal den. Nee, sogar mal jemand anderen. Hödö. Hödö. Okay. Äh, ich will auf jeden Fall auch das schaffen, den in der Mitte vorzubekommen. Nochmal einen, äh, äh, hier normalen. Ja, also die, die, wo man, äh, nochmal denselben, den, wo man zwei Teile für braucht, ist, äh, der am einfachsten zu bekommen, denn dann kommt der vier Teile und dann die sechs Teile Karte. Und wir haben schon wieder einen von den normalen. Und schon wieder einen zusammen. So, ich, ich nehme mir, äh, ich nehme jetzt erstmal ein paar mehr. Da haben wir die linke obere Ecke. Die stapeln sich sowieso. Äh, da haben wir schon wieder zwei, die wir bilden können. Ja. So, dann höre ich jetzt aber auf, weil wir haben nur 56.000 Gold, weil da haben wir schon einmal. Und. Den haben wir schon ganz oft. So, dann gucken wir uns mal die Heldengeister an. Und zwar haben wir viele Heldengeister jetzt gerade eben bekommen. Also, der Rasslinder Donner haben wir dreimal. Den Hö-Dur haben wir zweimal. Und Balda haben wir jetzt auch zweimal. Dann nehmen wir mal, als Heldengeister den Hö-Dur. Hö-Dur. Kriegsgeburt aktualisieren. Aktualisieren. Krit-Pos 6. Sehr gut. Und. Äh, ich muss mal eben gucken. So, wie. Genau, jetzt zerlegen wir erstmal die alle anderen, die wir nicht brauchen. Heldengeister liegen. So. 120 lederne Teile haben wir da mitbekommen. Ich weiß noch nicht, was wir damit machen müssen. Aber, auf jeden Fall können wir das jetzt als Heldengeist benutzen. Ja. Gucken wir uns die Ausrüstung an, die wir heute bekommen haben. Und zwar. Kann ich mal eben gucken. Okay, mir die wurde angezeigt. Nein. Aber wir gucken jetzt erstmal. Ich weiß nicht, nicht. Ach, da habe ich schon eine Rüstung drauf. Denn. Gucken wir mal die Hexe an. Unser, äh, erste 5-Sterne-Karte, die wir bekommen haben, hat auch eine Rüstung an. Dann gucken wir mal. Unsere. Unsere, äh, 4-Sterne-Karte, genau. Die wir auf eine 5-Sterne-Karte hochmachen wollen. Gucken wir uns die mal an, was sie bekommen hat. Als Ausrüstung. Ich denke noch nichts. Ich glaube nicht, dass ich da schon was hochgepackt habe. Nein, habe ich nicht. So. Genau. Na, ne, die haben wir aber schon verbraucht. Das heißt, wir haben kein... Kein Brustpanzer. Haben wir was anderes für sie. Die Waldläufer-Armbust wird auch schon benutzt. Das heißt, wir müssen die Schicksals-Armbust benutzen. Und den Erdgeist-Anhänger, weil ich den Anhänger der Dämonen... Oh, und da ist Dämon-Slayer abgekackt. Ja. Starten wir das mal eben neu. Ist ja nicht schlimm. Ja, das hat die App halt auch manchmal. Aber... Äh... Ne. Das schaut sich auch schon wieder hoch. Das hat aber auch so gut wie jede App mal das mal abstürzt. Äh, das liegt nicht an meinem Handy. Sondern, äh, weil ich habe das neueste Android-Handy. Ja, also daran... Daran kann es gar nicht liegen. Das liegt an der App. So, wir können auch schon wieder was... Können auch schon wieder vertreiben. Machen wir das. Und danach werden wir... Werden wir nämlich... Die... Unsere Vier-Sterne-Dame wieder etwas hochleveln mit der Seenfrucht, die wir gerade eben bekommen haben. Ja, da freue ich mich schon drauf. Ähm, und dann werden wir natürlich versuchen, äh, gucken wir erstmal, wie viel EXP sie dadurch bekommt. Und dann versuchen wir sie natürlich zu entwickeln. So, wir nehmen dich. Und nehmen die ganzen Seenfrüchte und können wir auch ein paar... Ah ne, so viel Geld habe ich gar nicht. Ja, das ist aber teuer. Warum kostet es denn so viel? Äh... So, ich will jetzt mal gucken, wie viel eine Seenbruch bringt. Versuchen wir das erstmal. Eine Seenfrucht und eine Blutprüfungsfrucht bringt uns auf Level... 47. Okay, dann machen wir das erstmal. Wir brauchen müssen Level 60 erreichen, um... ...auf, äh, 4 1,5 Sterne zu kommen, also 4 Sterne mit einem Goldrand. Ja. Äh... 12 Minuten, das heißt, wir können noch locker eine Mission machen. Dieser Part war jetzt erstmal so ein bisschen... ...auf wieder geredet, was in der letzten Zeit passiert ist und alles. Und wir gehen in den Goldfruchtgarten, da wir ja ein bisschen... Da... Dies hier ist der Goldfruchtgarten. Verkauft ihr die Karten, die ihr hier erhaltet, könnt ihr eine Menge an Gold bekommen. Sehr gut. Wir sind nämlich gerade etwas... ...etwas knapp an Gold, denn können wir das hier gleich mal hier ändern. Ja. Automatisches Fortschreiten, wie gesagt, ist wie immer aktiviert. Wie gesagt, das ist nicht der Elite, das ist der normale, den sollten wir eigentlich easy schaffen. Ja, das ist auch das erste Mal, dass wir den Goldfrucht-Dungeon sehen. Freuen mich. Habe ich sonst auch noch nicht gemacht. Also Goldfrüchte sind... Sehen genauso wie Seenfrüchte aus, bloß, dass die einen höheren Verkaufswert haben. Ganz einfach. Also die haben... Die geben normale EXP, wie so eine blaue Karte halt geben würde. Aber geben halt mehr Geld beim Verkaufen. So. Ja, das lief doch wie geschmiert, würde ich sagen. Goldfrucht-Garten abgeschlossen. Genau, wir sind zum... Äh, wir sind nämlich auch auf Level 22 durch die ganzen Missionen, die ich in der Elite gemacht habe. Bin ich schon auf 22... Äh, auf Level 22 gekommen. Und wir machen das gleich nochmal. Und dann machen... Und das war das Letzte, was wir in diesem Part machen. Im nächsten Part verkaufen wir das denn erstmal und... Äh, leveln unsere Bogenschütze nochmal ab. Und gucken, wie weit wir kommen. Und wie viel Geld denn eine einzelne Pflanze bringt. Ja. Äh, bis jetzt kann ich mich wirklich nicht beschweren. Läuft alle spitze. Ja. Wie gesagt, in den normalen, äh, Dungeons sollten wir wirklich keine Probleme haben. Ähm, und ja, der Elite-Dungeon wird jetzt, äh, schon schwer... Ist schon schwieriger. Denn... Äh, denn, äh, jetzt haben die sehr viel Leben und, äh, es kommt darunter an und vor, dass die, äh, dass manche Karten sterben dabei. Das, was wir sonst nicht so hatten. Egal. Ich freue mich, dass ihr den Part hier angeguckt habt. Nicht vergessen zu abonnieren. Ich bringe jeden Tag ein Demon Slayer-Video raus. Also. Nicht vergessen zu abonnieren, um da dran zu bleiben. Äh, Daumen hoch oder Daumen runter. Je nachdem, wie euch dieser Part gefallen hat. und kommentiert in die Kommentare, was ihr besser sehen wolltet, wovon ihr mehr sehen wollt, äh, wovon ihr mehr sehen wollt. Ja. Ich bin Janis Klee und ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Tschüss.